In der idyllischen Landschaft des Fichtelgebirges im Kurort Bad Alexandersbad liegt das Hotel Alexandersbad. Die herrliche und weitläufige Natur lädt ganz nach Jahreszeit zu zahlreichen Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder Wintersport ein. Aber auch Kurangebote und Entspannung kommen nicht zu kurz. Das Vier-Sterne-Komforthotel bietet Ihnen von Anfang an einen angenehmen Aufenthalt. Liebevoll betreuen Sie unsere Mitarbeiter vom ersten Augenblick an. Lassen Sie sich von uns rundum verwöhnen. Herzlich Willkommen bei uns im Hotel Alexandersbad. In unserem Wellnessbereich finden Sie alles, was Sie zum Entspannen brauchen. Einfach die Seele baumeln lassen und sich selbst verwöhnen. Mit Schwimmbad, Sauna, Infrarotkabine, Tepidarium, Kneipanlage, Gertraud-Kruber-Kosmetikstudio ist für jeden das passende Angebot dabei. Erfolg ist kein Zufall. In unseren Tagungsräumen erleben Sie Ihre Seminare ganz nah an der Natur. Wir bieten Ihnen vier funktionale und von viel Tageslicht erhellte Seminarräume mit modernster Seminartechnik für jeden Zweck. Sie wohnen im Hotel Alexandersbad im Fichtelgebirge in 107 Standard- und Komfortzimmern, alle mit Balkon, geräumig und geschmackvoll eingerichtet. Fühlen Sie sich wie zu Hause, mit dem kleinen Unterschied, dass Sie den Alltag vergessen und sich rundum verwöhnen lassen können. Gut Essen und Trinken hält sprichwörtlich Leib und Seele zusammen. Daran glauben wir und verwöhnen Sie mit regionalen und internationalen Spezialitäten. Natürlich verwenden wir nur beste, frische und saisonale Zutaten. Ob in unserem Restaurant oder in der Bar Alex, bei uns finden Sie für jeden Anlass den richtigen Rahmen. Bis bald im Hotel Alexandersbad, spürbar Fichtelgebirge. Heute lightenculosendorab Üg Bis bald im Hotel AIK Miz Miz Amen.